Hallo, ich bin Jakob. Und ich bin Ida. Wir wollen heute einen Ausflug in den Tierpark machen. Ich bin schon so gespannt, was wir alles entdecken werden. Nanu, was ist denn das? Ein Stein, der sich bewegen kann? Quatsch, Ida, das ist eine kleine Schildkröte. Du hast recht, aber sie sah wirklich wie ein Stein aus. Was unterscheidet den Stein und die Schildkröte eigentlich? Na, die Schildkröte ist ein Lebewesen. Hm, und woran erkennt man das? Das ist eine gute Frage. Möchtest auch du mehr über Lebewesen und ihre Merkmale wissen? Dann ist dieses Video genau das Richtige für dich. In diesem Video erfährst du, welches die Kennzeichen des Lebens sind. Am Ende des Videos wirst du verschiedene Merkmale kennen, um im Lebewesen von anderen Dingen zu unterscheiden. Wie zum Beispiel die schlafende Schildkröte von einem Stein. Außerdem wirst du am Ende wissen, wer alles zu den Lebewesen gehört. Denn nicht nur Tiere und Menschen sind Lebewesen. Na dann, los geht's! Du kannst ein Kind schnell von einer Puppe unterscheiden, wenn sich das Kind bewegt. Die Puppe hat keine Muskeln und kann sich nicht bewegen. Bewegung ist also ein Kennzeichen für Lebewesen. Doch Bewegung alleine ist noch kein Anzeichen dafür, dass es sich um ein Lebewesen handelt. Manche Puppen können sich auch bewegen. In ihnen sind Motoren eingebaut. Und dennoch sind sie keine Lebewesen. Eine Puppe nimmt ihre Umwelt nicht wahr und reagiert auch nicht auf sie. Menschen hingegen können das. Wenn du zum Beispiel beim Radfahren auf eine Ampel zukommst, nimmst du ihr Licht als Reiz wahr. Du reagierst darauf, indem du bei Rot anhältst und bei Grün weiterfährst. Diese Reizbarkeit ist ein weiteres Kennzeichen von Lebewesen. Allerdings reagieren auch manche Dinge auf ihre Umwelt. Viele Türen in Supermärkten öffnen sich zum Beispiel automatisch, wenn jemand hindurchgehen möchte. Also schauen wir uns weitere Kennzeichen für Lebewesen an. Hoffentlich hast du heute Morgen gefrühstückt. Wenn nicht, wirst du sicher bald Hunger bekommen. Alle Lebewesen brauchen Nahrung, wandeln diese um und scheiden nicht verwertbare Stoffe aus. Beim Atmen ist es ähnlich. Du atmest Luft ein, veränderst sie in deinem Körper und atmest sie wieder aus. Dieses Kennzeichen der Lebewesen wird als Stoffwechsel bezeichnet. Aber auch hier findet man etwas Ähnliches bei nicht lebenden Dingen. Ein Auto verbraucht Treibstoff und gibt Abgase ab. Also reicht auch diese Eigenschaft noch nicht aus, um ein Lebewesen eindeutig als solches zu kennzeichnen. Es muss also noch mehr Kennzeichen für Lebewesen geben. Du merkst es zwar nicht, aber du siehst heute ganz anders aus als noch vor ein paar Jahren. Du wirst größer und dein Gesicht verändert sich. Der Vergleich mit einem alten Foto zeigt dies deutlich. Während du älter wirst, wächst du und dein Körper zeigt eine Entwicklung. Am Ende jeder Entwicklung steht der Tod. Gegenstände entwickeln sich nicht und sie sterben auch nicht. Eine alte Puppe mag abgenutzt aussehen, aber sie ist im Laufe der Zeit nicht größer geworden und hat sich auch kaum verändert. Man kann aber auch Dinge finden, die wachsen. Tropfsteine zum Beispiel werden im Laufe der Zeit immer größer. Ein Kennzeichen der Lebewesen fehlt also immer noch. Ein Mensch stammt immer von Menschen ab. Dagegen stammt eine Puppe nicht von anderen Puppen ab. Sie kann sich nicht fortpflanzen, sondern wird aus Einzelteilen zusammengebaut. Du hast nun fünf Merkmale kennengelernt, die das Lebewesen Mensch ausmachen. Bewegung, Reizbarkeit, Stoffwechsel, Entwicklung und Wachstum sowie Fortpflanzung. Aber nicht nur der Mensch ist ein Lebewesen. Wie sieht es mit Tieren und Pflanzen aus? Sind Tiere Lebewesen? Bei Tieren ist es ähnlich wie bei uns Menschen. Braunbären zum Beispiel wiegen bei ihrer Geburt nur 350 bis 500 Gramm. Viel weniger als ein Menschenbaby. Sie sehen den erwachsenen Bären zunächst auch nicht ähnlich. Sie müssen erst noch wachsen und sich weiterentwickeln, denn später werden sie bis zu 3 Meter große und 350 Kilogramm schwere Raubtiere. Die jungen Bären werden von ihrer Mutter beschützt. Kommt jemand ihrem Nachwuchs zu nahe, greift sie an. Sie reagiert also auf ihre Umwelt. Sie ist reizbar. Genau wie wir Menschen müssen auch die Bären etwas essen und atmen, um zu überleben. Die Tiere verfügen demnach auch über einen Stoffwechsel. Dass sich Tiere bewegen und Junge bekommen, sich also fortpflanzen, weißt du bestimmt schon. Wir konnten alle Kennzeichen der Lebewesen bei Tieren finden. Sie sind Lebewesen. Aber was ist mit Pflanzen? Sind Pflanzen auch Lebewesen? Vermutlich wird dir das nicht so leicht fallen, diese Frage zu beantworten. Pflanzen sehen ganz anders aus als Tiere und scheinen sich auch nicht zu bewegen. Suchen wir die Kennzeichen der Lebewesen und wir werden es wissen. Betrachten wir also als Beispiel die Venusfliegenfalle. Venusfliegenfalle Diese Pflanze kann mit ihren Fangblättern Fliegen und andere kleine Insekten erbeuten. Wenn ein Insekt die Haare auf der Oberfläche eines Fangblattes berührt, klappt dieses Blatt zusammen und hält das Insekt fest. Die Venusfliegenfalle kann sich also bewegen. Sie ist außerdem reizbar, denn sie reagiert auf die Berührung. Auch andere Pflanzen sind reizbar und bewegen sich. Viele Blumen zum Beispiel öffnen ihre Blüten am Morgen und schließen sie am Abend oder bei schlechtem Wetter. Die gefangenen Insekten werden von der Venusfliegenfalle verdaut und geben der Pflanze Mineralstoffe. Diese braucht sie, um in ihrem natürlichen Lebensraum überleben zu können. Auch andere Pflanzen benötigen Mineralstoffe und Wasser. Beides nehmen sie in der Regel über die Wurzeln auf. Mithilfe der Blätter können sie gasförmige Stoffe aufnehmen, verarbeiten und abgeben, ähnlich unserem Atmen. Die Venusfliegenfalle ist aus einem winzigen Samen entstanden und wächst heran, bis sie etwa so groß wie eine Hand ist. Sie entwickelt sich also zu einer großen Pflanze. Nach einiger Zeit wird sie sich dann selbst fortpflanzen und Nachkommen haben. Du siehst, auch Pflanzen sind Lebewesen. Wir haben alle Merkmale gefunden.